Lukrative Geschäfte machen, staatlich geschützt und steuerlich gefördert, das geht mit ihrem eigenen Verein. Im Fußball werden Milliarden umgesetzt, von Unternehmen, die offiziell nichts weiter sind als Vereine. Der ADAC ist ebenfalls eine Geldmaschine und doch nur ein Verein. Gegenüber anderen Gesellschaftsformen kann so ein Verein viele reizvolle Vorzüge ins Spiel bringen. Steuervorteile und üppige staatliche Zuschüsse, um nur zwei Pro-Argumente anzuführen. Lust bekommen? Mit einem eigenen Verein, einer Art Profit e.V., dann ist der gleichnamige Gründungsratgeber genau das Richtige für Sie. Ausführlich, fundiert und leicht verständlich. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgs-undern.de Wir sehen uns. Nun denn, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.